Ne, danke. Setzen Sie sich doch. Ja. Oh. Und, was ist denn genau passiert? Ach, da ist so einiges schief gelaufen. Können Sie mir nicht sagen, wo ich ihn erreichen kann? Ne, ich weiß ja nicht, wo der... Ach, hier übrigens, das ist Kalle. Da ist er ja. Mensch, es tut mir leid. Alles ist nicht so schlimm, mach dir keine Sorgen, wird alles wieder gut. Ich wollte, dass ich... Das ist ein Ort. Wirklich, ich wollte, dass ich... Ich bring auch noch mein Date mit. Die Leute schauen sich prächtig zu haben gesehen. Wir haben eine tolle Beerdigung gegründet. Vielleicht lass ich meinen auch hier ausrichten. Leute, die sich in unserem Wartezimmer unbewerden, bevor es zu deinem Schwester... Habt ihr das geheilt? Das ist gut, ja. Ach, das ist aber schmuck. Also, wenn ich dann noch einen Words erwähne war, warte, dann euch nochала du mich einiges. Und wie sie nicht benutzen? Ja, das ist so wichtig. Ich mag das und je sie nicht mit.